Untertitelung des ZDF, 2020 Es würde mir gefallen, wenn du im Regen auftauchst, auf der Suche nach einem Unterschlupf, und wenn dieser Ort mein Haus wäre. Wenn du jetzt gehst, passiert dasselbe wie immer. Was meinst du damit? Ich wusste immer, dass es etwas Wichtiges in deinem Leben gibt, das du nie mit mir geteilt hast. Ich habe nichts mehr. Es gibt nur dich. Deine Abwesenheit füllt mein Leben aus und zerstört es. Amen.